Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute geborstet haben und herzlich willkommen bei BetoGamble. Ich spiele heute Mecha Arena. Aber was spiele ich? Ich spiele dreimal Kontrollpunkt. Dann mache ich dir eine Quest fertig. Genau. Viel Spaß. Und es geht los. Die erste Runde Kontrollpunkt-Einnahme. Schnell, schnell. Ich muss 16 solche Dinge einsammeln. Für die Wochen-Quest. Schnell, schnell. ok ok es hat soweit geklappt weiter geht es mal kurz auf k k k k k k oder was heißt afk da hat man einmal kurz ein dc disconnect den ich zerstören wollte habe ich nicht getroffen aber zack 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 schnell auf rüber ja 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 So, ein Mist. So, jetzt der Ja. Erstmal hier weg. Nein, nein. Ah, verloren. Nein. Was wollen wir dazu sagen? Ich hatte einen DC. Sorry, Leute. Welchen Platz war ich der Beste? Trotz DC? Uh, das war schon mal gut. Jo, ich war der Beste. Trotz DC. Na gut, egal. Dann würde ich mal... Das geht weiter. Bis gleich in der zweiten Runde. Oh, die zweite Runde. Und... Ich hoffe, ich kriege keinen DC. Okay, disconnect. Okay, es geht jetzt weiter mit... ... ... ... ... Ja, das war ein bisschen... Fuck! Oh, Scheiße! Oh, da oben schießt halt auch nicht. Nee, nee. Das war nicht gut. Jetzt nehmen wir noch den hier. Dann habe ich heute schon mit allen einmal gespielt. Oh, da oben schießt halt auch nicht. So. Schattel. Und schon wieder verloren. So. Ärgerlich. Eins, zwei, drei. Jetzt werden wir gewinnen. Das war schon wieder der Beste. Aber nicht vom Gegner, da war der noch besser. Digga, alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal. Und die nächste Runde. Start war mit dem hier. Oh, den krieg ich noch. Ah. Zupi. Nein, 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 nein. Verstecken hier. Schlechtes Versteck. Nein, 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 nein. Schlechtes Versteck. Aha. Ahhhh. Und da geht es mit Speza. So, Spezchen... ...deportusweg. Nein! Okay. Nein! Warum geh ich denn hier? Oh, okay. 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 So. War ich der letzte, der noch da war? Ja. Drei mal versagt. Okay. Schauen wir uns das Ergebnis an. War ich schon wieder der Beste? Der Beste aus meinem Team und der Zweitbeste insgesamt. Und Vendor war besser als ich. Egal. Dann sage ich mal Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bitte helft mir. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.